die die das das hallöchen liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge minecraft survival games auf meiner lieblings ähm map kopf nicht ich hasse diese map wie die Pest wollte ich damit eigentlich nur sagen ja da kommt wer da kommt wer da ist wer hallöchen ah man da hat das ausgenutzt dass wir uns mit dem anderen schon geschlagen haben so ach ja ich habe gerade wieder eine runde minecraft anders teil aufgenommen ein traum das macht so bock und so viele gebäude schon gebaut von den ganzen leuten echt super cool das markthaus ist schon in gang und so ich bin echt gespannt wie sich das entwickeln wird sehr geiles projekt ist ja für mich auch das erste mal dass ich bei sowas mitmach habe ich ja vorher noch nie gemacht muss ich ja zugeben aber äh bis jetzt ist es echt cool macht euch bock hallo hallo klopft ihr beiden euch mal bitte danke ich hau ab in der Zeit so hoffentlich haben wir hier noch irgendwie eine Chance zu überleben ich hab äh nicht so das Gefühl weil wir jetzt jetzt ist vorbei genau so ne sau aber ja unsere Zeit wird kommen denke ich mir ähm Nuketown auf jeden Fall Nuketown ist eine coole Map gefällt mir und ich freue mich dass das immer noch so äh so flüssig läuft dank den paar Knöpfen die man einfach nur bei Fraps drucken musste tja wenn man weiß wo man drehen muss dann ist das immer alles gar nicht so schwer oh oh ja wir haben wieder verloren hüse 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 ein Schwert das ist schon mal sehr viel wert uch oh das ist noch mehr wert so wie stellen wir das jetzt am besten an hm so äh wo haben wir denn hier mal jemanden oh sehr schön das Krönchen setzen wir uns mal auf das Krönchen setzen wir uns mal auf hallo da hat es grad bei mir geleckt aber das war das Internet glaube ich mal scheiße hallo aber ne ich äh hallo hoch wir waren grad in dem Kopf von dem da ist ja nicht viel drin äh so ähm welchen Map nehmen wir denn mal äh die Keramik Mountain heißt sie glaube ich ne ja ich freue mich sehr nice und wer damit ja gleich am Anfang Schwert das ist super lesiper so ich würd sagen wir wandern mal nach hier hallo scheiße ja das war dumm es war klar dass das nix werden konnte so ähm hijack hijack ne oder sind wir jetzt bei Raid wir sind bei Raid gelandt aber das ist ja auch nicht weiter schlimm ist auch ne coole Map kann man auf jeden Fall auch machen so wir laufen weiter wow aber irgendwie haben wir noch nicht so richtig das Kistenglück was wir benötigen und hepp lalalalalala lalalalalala uah lass mich du Penner blöder Penner du Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, zwei Herzen wieder nur. Mann, scheiße. Kacke. Das war so klar wieder, ey. Halt, Metall. Oh, die Map mag ich. Das war doch die, wo wir letztes Mal fast zu unseren Kollegen und so, ne? Hier, wo wir fast gewonnen haben. Das war auch so ärgerlich. Das ärgert mich immer noch. Huch. Was war denn das gerade? Hallo, der Herr. Wieder zwei Herzen, Mann. Was soll denn der Scheiß? Ich kotze ins Dreieck, ins Essen. Weiß ich, was ich gerade sagen wollte. Das weiß ich, glaube ich selber nicht. Das zwei. Gib ihn. So, ja, wo rennen wir denn mal hin? Zu der Kiste, würde ich sagen, ne? Bing, bing. Ja, hey. Ich krieg mir nicht mehr ein. Lass mich. Sau. Lalalala. Ich habe keine Kiste. Das ist sehr schön. Oh. Sehr nett. Hier, der Herr. Uh. Viel Spaß damit. Hihi. Ja, Mann. Was ist denn das heute? Wieso haben wir denn hier mal und so nicht? Mal ein bisschen besseres, äh. Ein bisschen besseres Equipment. Das ist ja echt hier zum Brechen heute mit uns. Mit mir. Ja, es ist meine Schuld. Ping. Äh, lol. Oha. Mit dem brauchen wir uns nicht anlegen. Der hat ja ne Diabrust. Lol. Ich hau ab. Kann er mich mal bitte lassen? Oh. Er lässt mich schon. Toll, noch ein Holzschwert. Toll, gar nix. Toll, gar nix. Au. Oh. Eine Diabrust. Sehr schön. Diabrust. Ähm, ja. Lol. Dann wird er das. Müssen kurz regenerieren, irgendwie. Alter, was geht denn bei euch? Halt euch mal. Da kommt einer. Scheiße. Jo, das war's. Kacke. Mann, was ist denn das heute? Oh. Ba-bam, 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 ba-bam. Was ist er denn hier? Ist das nicht von Batman? Die Tochter vom Joker? Könnte sein, oder? Toll. Mann, zu spät gedroint. Skytown. Gönn dir. Bup. Krass. Nehmen wir. Skytown ist immer geil. Läuft bei uns. Eins. Bing. Uiuiui. Äh, lol. Ich mach mir aus dem Staub. Äh, ich mach mich noch mehr aus dem Staub. Hihi. Eigentlich wollte ich ihn da reinschubsen. Hat nicht ganz so geklappt. Mann. Er sollte eines elenden Feuertodes sterben. So, warte mal. So. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Und, Mann, ich will doch einfach mal gewinnen jetzt hier. Muss doch mal klappen. Oder nicht? Ist der Minecraft Survival Gott einfach mal gegen mich? Hm, ich hab nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es doch nicht. Hier ist der gestern. Ich habe mich gar nicht gesehen. Hallo Manfred. Äh, lol, wir haben noch keine Rüstung an. Ich dachte, wir hätten schon Rüstung an. Höh, lol. Und mach mal den bitte da hin, danke. Danke sehr. Vielen Dank. Für die Blümchen. Ja, irgendwie, wo seid ihr denn alle? Ihre Arschlöcher. Oh. War da das Full Iron? Jetzt könnten wir noch mal ein Eisenschwert auf jeden Fall gebrauchen. Loll, war das mein Kill? Nein, nein. Mann, scheiße. Kacke. GG, Digger. So, das war ja wieder, äh, ne? Scheiße. Wieso hatten wir kein besseres Schwert? Dann hätten wir echt eine Chance gehabt. Und wir hätten unseren Apfel essen können. Aber das wusste ich ja nicht. So, können wir ihn da gleich runterboxen. Ich hoffe. Ba-bam. Angeabgang. Höchst. Scheiße. Ich dachte, ich schaff's, ihn da runterzuboxen, weil... Mit mir wird das auch immer so normal. Noch ein Ründchen Sky Town. Das können wir auch mal angen. Sehr schön. Oh, 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 nicht runterfalten. Ja. Ich lauf noch um. Lalalalalalalalalala. Was haben wir hier noch? Oh. Eisenbrustpanzer ist auch sehr schön. Und ne Goldhose. Gönn dir. Gönn dir, gönn dir. Ähm, ja. Haben wir hier noch was Schönes? Nö und nö. Ich lade schon mal hier lang weiter. Boah. Schreck mich nicht so. Au. Und was mit hier? Ja, aber können wir nicht... Hüßt. Gag. Schwein. Ah, Mann. Knapp. Knappe Sache. Knappe Sache. Obwohl er viel bessere Ausrüstung hat als wir. Ja, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Bing. So. Das. Äh. Dustin Bieber. Hö. So. Konzentration. Das ist ein Manikiken. Wieso lässt man die Fallen einfach so? Kann ich mir nur so erklären, dass man eine Diabrus gefunden hat. Ich möchte ganz gerne mal jemandem jetzt hier ein paar an den Kopf hauen. Hat der kein Schwert? Ist das so? Oh, Nase juckt. So, schnell wieder her. Hallöchen. Na mein Bruder? Komm schon. Boah, der hatte einen Goldapfel gegessen, ne? Scheiße, Mann. Na gut, liebe Freunde, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao mit V. Wau, 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 wau.